Und damit hoffentlich willkommen zurück. Lasst mich schauen. Nice. Okay. Wir haben grandios viele böse Verluste gemacht. Aber vielleicht können wir doch noch irgendwie etwas schaffen. Das müssen wir jetzt mal sehen. Ob und wieder was geht. So, mir fehlt es an alle. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Der hat hier halt schon einige. Wenn mein Titan volle Kanone stark ist, dann vielleicht. Allerdings ohne Antimaterie ist das böse. Und wenn mein fremdes Gebiet eindringt, dann schaut das mit der Antimaterie plötzlich ganz böse aus. Weil hier kann ich jetzt Antimaterie sammeln. Wenn ich zum Beispiel hier irgendwo hin könnte, ja, da gibt's das. Aber muss man mal schauen. Weiß ich noch nicht. Den hätte ich mir auch sehr gern geholt. Den erdähnlichen Planeten. Aber da müssen wir jetzt einfach mal abwarten und schauen, wie das ist. Ich muss erstmal... Erstmal muss ich schier stark werden und meine Truppen sammeln. Bevor ich irgendwas probiere. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. So. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Was? Wo Schlacht? Abaron, ist das das da? Nein. Wo ist das? Verbündete Truppen werden angegriffen. Will er das wirklich? Die springen anscheinend. Die Frage ist nur, ob sie nach rechts oder nach unten springen. Bauwerk komplett. Ihre Befehle! So soll es sein! Warte noch. Schön warten. Ausgezeichneter Plan. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Was jetzt, Commander? Na, weiß ich nicht. Wenn die jetzt wirklich hier runterspringen, könnte man das vielleicht schaffen, aber... Ich muss schon mal gucken, ob das passt, wie ich mir das vorstelle. Airwing zur Verfügung. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Oh ja, der kommt hier an. Ja, hat Sache. Wir werden jeden einzelnen von ihnen verdichten. So, vernichtet mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Weil die dürften jetzt keine Antimaterie haben. Genau, wenn die rüberspringen, haben die keine. Und das tut dann weh. Wir werden jeden einzelnen von ihnen verdichten. Das hat schon mal gut weh. Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen! Schauen wir mal, ob wir hier das schaffen, oder ob mein Titan jetzt endgültig stirbt. Es bringt nichts mehr ein, das Empire-Anzug an. Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen! Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Ja, ja. Wie ist der Plan? Komm, Link online. Bereit, loszuschlagen! Die haben nur Geschwader. Okay. Ausgezeichneter Plan. Wir haben schon ein Kitzel im Abzug sehren. Eigentlich musst du nicht noch da reinrennen. Das ist sehr gefährlich, was der da macht. Wir erledigen das! Baudat komplett! Oder? Haben sie vor Techcom? Bereit, loszuschlagen! Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Rottet diese dreckigen Kassen aus! Mal sehen, ob ich den Titan besiegen kann. Er hat schon gut Schaden genommen. Aber da kommt halt immer mehr... Nicht ausreichende Metalle. Eines unserer Großkampfschiffe wurde vernichtet. Vernichtet. Das ist halt böse. Ihre Befehle! Was ist das hier? Wächter. Da wäre es natürlich gut, wenn ich in der Kuppel wäre. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Sein Titan dreht aber ab. Unsere Flocke wird angegriffen. Undocktforts, mehr Materie, ja. Der wäre sehr gut, wenn ich den hätte. Sieht irgendwie doof aus. Wenn sie den schaffen, gibt es ein Upgrade. Schauen wir mal. Eine irrte Verstärkung ist eingetroffen. Forschung nicht erfüllt. Ja, okay. So. Mehr Waffenschaden. Überladen an Tentere. Pass auf, Ladezug. Nee, ich mache jetzt B-Schuss. Ah, der muss ja immer noch sterben. Tötet's den mal. Da ist er. Wow. Der macht schon gut Schaden, ne? Aber ob es reicht, das ist die ganz große Frage. Das ist die ganz große Frage. Und auf die habe ich halt noch keine Antwort. Ich habe hier leider keine Reparaturbucht. Vielleicht kann ich noch irgendwas forschen. Irgendwie Panzerung oder so. Nee, geht gerade nicht. Schade. Bereit loszuschlagen. Weil der Titan kassiert. Das ist nicht schlecht. Ah, 3600. So, jetzt haben wir Überladung. Und als nächstes kommt dann wieder der Megaschuss. Hätte ich jetzt gesagt. Das wäre jetzt mein, mein Vorgehen gewesen. Dass wir hier angegriffen werden, ist natürlich klar. Die KI, die haut mich jetzt aus, aus allen. Ah, die macht mich jetzt überall kaputt. Das ist klar. Die sind zu dritt. Die haben auch die Truppen. Ihre Befehle. Aber ich fange an zu verstehen, warum dieser Titan, der, hier ist der Ragnarov, so unglaublich mächtig ist. Ich glaube, im nächsten Versuch werde ich versuchen, auf den zu rushen und dann gute Kämpfe zu nehmen. Und gut ist. Weil schaut euch das an. Klar, das ist Stufe 8 gegen Stufe 3. Aber der, der Schaden ist halt einfach da, ne? Der Titan macht das halt einfach. Das ist abartig. Wenn man den ein bisschen am Leben halten kann, dann, dann zerpflückt der halt einfach alles. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Nö, knifflig. Gut, der Gelbe hat halt nur noch zwei Dinger. Die haben halt mehr, ne? Die haben hier die ganze Galaxie für sich. Und gewinnen es dadurch. Wir haben schon ein Kitzel im Abflussfänger. Wir brauchen ein Ziel. Aufladezeit. Na, noch hält er durch. Gerade so eben. Irgendwie macht er das schon. Gut, hier bin ich natürlich gerade total am sterben. Aber wenn ich hier überlebe mit dem Titan, vielleicht kann man das noch retten. Weil der, der levelt schon wieder, der Titan. Also, der ist jetzt Stufe 9, gleich Stufe 10. Ja, die Erbgeschwader gehen jetzt alle kaputt. Das war's. Verteidigt. Dann fliegen wir mal da hin. Dann bauen wir jetzt hier eine Reparaturwerft hin. Oh, den Rest müssen wir mal sehen, ne? Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Das ist halt teuer, wenn ich hier verliere, aber... Kann ich jetzt auch nicht ändern. Äh, auch nicht gut. Der Orangene hier. Macht guten, bösen Schaden. Ich hab halt keine Schiffe und nix mehr, ne? Ich bin jetzt ziemlich ausgebrannt. Ich hab noch ein paar leichte Träger und das war's. Aber ich muss gestehen, der Titan gefällt mir sehr gut. Der ist, der ist stark. Der ist wirklich mächtig. So, mal ein paar Notfallstrukturen bauen. Damit der Planet das länger durchhält. Und hier vielleicht auch ein paar Notfallstrukturen. Sobald ich das Geld habe. So. Und dann schauen wir einfach mal. Ich will halt noch nicht aufgeben, weil ich noch nicht weiß, ob das jetzt... Ich würde eigentlich sagen, es ist vorbei. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß nie so genau. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsteiger. So, der Titan ist da. Wir brauchen ein Ziel. Ja. Repariert Hülle. Ihre Befehle. Er macht das schon. Wer braucht Luftunterstützung? Wer braucht Luftunterstützung? Kommande an Deck. Läuft. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Planetenentwicklung abgeschlossen. Was haben wir hier jetzt noch? Ihr Schwader meldet sich bereit. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Müsste schon passen, ne? So. Die Undock-Porns. Geht nicht. Ich brauche Militärlabor. Ja, schade. Fünf sogar. Ja gut, aber die sind halt schon stark, ne? Ob ich das noch retten kann? Ich glaube es fast nicht. Ja, nein. Den werde ich wahrscheinlich verlieren. Nicht schön. Hätte ich nicht gedacht, dass zwei solche Zerstörer so schnell so guten Schaden machen. So. Aber die müssen weg. Schauen wir mal, ob der Titan das retten kann. Wir werden jeden Einzelnen von Ihnen verdichten. Den und den. Dann lass uns mal ein paar Märtyrer erschaffen. Fahren Sie fort, Techcom. Bevor der Planet noch fällt. Eine neue Versorgung ist eingetroffen. Ein Kriepsflug begonnen. Das interessiert nicht. Der Planet muss überleben. Das ist wichtig. Der sollte auch überleben, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Sobald ich was bauen will, tötet er das. Piraten kommen auch noch. Und nur mit... Ne, das kann nicht sein. Ach Quatsch, was die labern. Es bringt nichts mehr ein, das Empire einzugreifen. So. Da schaut es euch jetzt mal dann den Schaden an. Das ist abartig. Das müssen jetzt gleich 3200 Schaden auf dieses eine Schiff sein. Gut, er muss sich halt langsam drehen. Das heißt, man kann ihn ausmanövrieren, aber... Das war das Falsche. Das war der Streuschuss. Wollte ich gar nicht. Das war auch wieder was anderes. Wow, der Schaden ist echt gut. Krass. Wie das Schiff einfach schmilzt vom Gegner. Schmilzt einfach weg. Gleich ist es kaputt. Weg ist es. Sobald ich die Antimaterie habe, um hier alles wegzuhauen, war es das aber. Das schaut halt. Na gut, mein Planet hat das überlebt. Irgendwie. So, da war der Streuschuss. Der macht auch sehr guten Schaden. Das sollte der eigentlich nicht schaffen. Gut, der Planeten da drüben müsste ich jetzt verloren haben. Ja, der ist weg. Wundert mich fast gar nicht. Gleich kann ich aber noch ein Dings bauen und den wieder besiedeln. Schauen wir mal. Habe ich noch irgendwo anders ein Kolonieschiff? Kommander an Deck. Ich habe hier noch leichte Träger, aber die... Ihr habt den Kommander gehört. Die bleiben hier in der Nähe. Ansonsten habe ich nirgends mehr irgendwas. Ne. Bereit loszuschlagen. Ja, mein Titan, der macht das schon, oder? Ihre Befehle! Unser Titan ist beinahe zerstört. Ja, ja. Quatsch nicht. Stimmt doch gar nicht. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Noch lebe ich. Eine kundelte Flotte ist eingetroffen. Noch lebe ich. Das ist zwar nicht gut, was ich hier habe und mache, weil ich habe kaum noch Zeugs, aber... ich lebe noch. Nicht ausreichende Metalle. Vielleicht sollte ich aber eher so Großkampfschiffe bauen. Was haben wir denn? Gibt es da irgendwas Gutes? So, so... Schilderneuerung. Das klingt so... nach einem sehr guten Hilfsschiff. Ja. Naja, Gauss-Räcker und Flapfeuer, mehr zurück. Aber hier, so ein Ding ist ziemlich, ziemlich gut. Weil wenn der Schilderneuerung auf den Titan macht, zum Beispiel, das ist richtig nützlich. Würde ich mal vermuten, dass das sich richtig lohnt. Na gut, das Zeug hier stirbt alles nicht. Der bleibt erstmal unbewohnt, der Planet. Natürlich doof. Und hier werden wir angegriffen. Ob meine Träger das überleben? Hört mal her, ihr Fliegerasse. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Ich glaube, mit denen springe ich jetzt lieber weg. Sicher ist sicher. Eintritt in den Fadenraum. Und das müssen wir halt sehen, ne? Bauwerk komplett. Puh, also das ist schon, das ist schon ziemlich anstrengend. Aber, ich würde sagen, das nächste Mal, also ich spiele das noch zu Ende, den Quatsch hier. Aber das nächste Mal mit einer anderen Strategie dürfte gut funktionieren können, tatsächlich. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen-Rauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.